Vervollständigen Sie, Leverkusen ist für mich Mein Heimatstadt Wir wissen, wofür Klaus Hipp mit seinem Namen steht. Wofür stehen Sie? Ich stehe für eine neue Politik, die jetzt viel verändern will. Analog oder digital? Eher digital, aber auch analog wird sicherlich noch das eine oder andere zu machen sein. Das Verkehrsmittel der Zukunft ist für mich Ich glaube, der Mix macht es. Wir werden sicherlich nicht auf alle verzichten können. Und ich denke, wir werden da mit allen Verkehrsmitteln gute Wege finden. Ergänzen Sie, meine Freunde schätzen an mir Dass ich immer sehr ehrlich bin und auch mal sie zum Lachen bringen kann. Vervollständigen Sie, meine Vision für Deutschland ist Dass jeder Mensch, ungeachtet von sexueller Orientierung, Geschlecht, Herkunft, Religion, so leben kann, wie er oder sie es eben möchte. Und dass jeder aber auch vom Staat die Chance bekommt, um so seinen Lebensweg zu gehen. Was würden Sie gerne rückgängig machen? Tja, da könnte ich jetzt vieles anführen. Ich würde gerne vor vielen Katastrophen frühzeitig warnen. Afghanistan ist sicherlich jetzt ein aktuelles Beispiel. Ich glaube, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Was bringt Sie auf die Palme? Mich bringt es auf die Palme, wenn Leute unehrlich sich selber gegenüber sind. Das mag ich überhaupt nicht und freue mich deswegen, wenn Leute immer ehrlich auch gerade vor sich selber sind. Radio, Radio Leverkusen.